Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case-Tester-Blog. Im heutigen Video geht es einmal um Spiegenhüllen und welche davon die beste ist. Wie immer habe ich hier mein iPhone 15 Pro Max liegen und Spiegenhüllen habe ich mir drei Stück besorgt. Wir haben einmal die Enso mit dabei, wir haben einmal die Ultra Hybrid dabei und wir haben einmal die Mac Armor dabei. Ich denke, das sind die besten Spiegenhüllen, die es aktuell gibt. Falls das nicht eurer Meinung entspricht, schreibt mal rein in die Kommentare, welche Spiegenhülle für euch die beste ist. Ja, wir werden diese drei Dinger jetzt für euch testen und am Schluss kommen wir zum Fazit, welche von diesen drei die beste Spiegenhülle ist. So, falls ihr irgendwas davon kaufen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu den Hüllen, habe ich euch reingepackt. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht das falsche Modell erwischt, denn ich glaube, ich habe euch hier die 15 Pro Max verlinkt. Falls ihr also ein 15 Pro habt, müsst ihr nochmal nach der Hülle suchen auf Amazon. So, wir starten mit der ersten Hülle. Wir starten mit der Enso Aramid-Hülle. Die haben wir auch schon mal im Test gehabt. Da hat die auch ziemlich gut abgeschnitten. Ich habe hier ein gebrauchtes Modell erwischt bekommen. Keine Ahnung warum. Passiert leider manchmal bei Amazon. So, ich habe das Teil gekauft für 41,99 Euro. So schaut sie aus. Und wir starten auch mal direkt mit den Vorteilen. Wir haben hier eine Hardcase-Rückseite, die ist Aramid. Das ist hart. Wir haben hier solche härteren Gummirender. Das schützt natürlich auch wieder gut beim Sturz. Wir haben hier ein richtig hochwertiges Material. Das sieht man auch. Es glänzt hier alles schön. Ich glaube zwar, dass es Plastik ist. Bin mir aber nicht sicher. Könnte auch Metall sein hier an den Seiten. Schreibt es mal rein, falls ihr das Ganze wisst. Da ist es auf jeden Fall hochwertig gemacht. Ja, die Knöpfe sind auch hochwertig. Wie gerade schon erwähnt, wir haben MagSafe mit an Bord. Ich packe das Handy mal. Ne, ich packe es noch nicht rein. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe hier so einen MagSafe-Ständer. So, wie man sehen kann, das ist richtig schön fest. Da gibt es keine Probleme mit. Auch das Laden funktioniert natürlich. Zusätzlich haben wir hier einen Innenschutz. Ihr seht, das ist so ein Mikrofaser. Das ist jetzt nicht richtig flauschig, wie man das zum Beispiel von originalen Apple-Höhen kennt. Aber es ist auf jeden Fall Mikrofaser. Das heißt, kommt einmal das berühmte Sandkorn. Inzwischen bleibt das einfach stecken und rutscht hier nicht hin und her und zerkratzt euch unbemerkt eure Rückseite. So, wir haben einen Display-Schutz und wir haben einen Kameraschutz auch mit an Bord. Ihr seht, das Ganze steht hier ein Stückchen rüber oder auch ein Stückchen mehr. Ich habe gerade kein Panzerglas drauf, deshalb steht es ein bisschen mehr rüber. Und auch hier hinten steht das Ganze ein Stückchen rüber. Hier habe ich allerdings solche Linsen drauf. Die sind von Rocks, habe ich die gerade drauf. Habe ich auch schon einen Test drüber gemacht. Deshalb steht so ein ganz, ganz kleines Stückchen noch rüber. So, die Knöpfe haben einen sehr guten Druckpunkt. Den hört man auch. Die Aussparungen sind auch alle gut getroffen. Hier wird nichts verdeckt, wie man sehen kann. Und wir können hier auch alle Panzergläser mitverwenden aus meinem Test. Da drückt die Hülle an den Seiten nichts wieder hoch. Ja, der einzige Nachteil bei dieser Hülle. Klar, 42 Euro, das ist nicht gerade wenig für eine Hülle. Das ist, wie gesagt, der einzige Nachteil. So, kommen wir mal zur zweiten Spigen-Hülle. So, die zweite Hülle ist die Ultra-Hybrid von Spigen. Habe ich mir gekauft auf Amazon für 25,99 Euro. So schaut die aus. Normalerweise kennt ihr die aus meinen Tests immer so als komplettes Clearcase. Bis hier ist das allerdings ein bisschen so eingefärbt. Ja, kommen wir zu den Vorteilen. Auch hier haben wir wieder eine Hardcase-Rückseite. Hier wieder Gummi-Ränder. Wir haben ein Display- und einen Kameraschutz. Auch hier steht das Ganze wieder rüber. Und auch hier steht es rüber. Kommen wir zu den Knöpfen. Auch die haben einen sehr guten Druckpunkt. Nicht so gut wie bei der Aramid-Hülle gerade. Aber auch hier ist er gut und auch hörbar. Die Aussparungen sind auch alle gut getroffen. Auch hier wird nichts verdeckt. MagSafe haben wir auch mit dabei. Testen wir das mal wieder hier. Auch das ist fest genug. Da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Auch alle Panzergläser können hier aus meinen Tests mitverwendet werden. Da wird an den Seiten nichts wieder hochgedrückt. Ja, kommen wir zu den Nachteilen. Das ist hier so ein bisschen halbtransparent. Trotzdem, ihr seht wahrscheinlich auch schon die Fingerabdrücke. Die muss man halt öfters abwischen. Und wegen dieser Transparentigkeit, sage ich jetzt mal, Transparenz heißt das ja eigentlich, haben wir keinen Innschutz. Geht leider auch nicht. Weil sonst wäre es halt nicht mehr transparent. So, das war die zweite Spiegen-Hülle. Kommen wir mal zur dritten. So, die letzte im Bundel ist hier die Mac Armor-Hülle von Spiegen. Die habe ich mir gekauft auf Amazon für 23,99 Euro. Das ist auch die einzige, die irgendwie normal verpackt ist hier in meinem Test. Keine Ahnung, was da los ist. So schaut sie aus. Und ja, starten wir direkt wieder mit den Vorteilen. Ja, das Material fühlt sich angenehm in der Hand an. Es ist so ein bisschen angeraut. Man hat nicht so das Gefühl, dass es einem direkt außer Hand rutscht. Wir haben auch hier ein Display und einen Kameraschutz. Wie man sehen kann. Steht das Ganze auch hier wieder ein bisschen rüber. Auch hier ist MagSafe mit an Bord. Probieren wir das wieder mal aus. Und das ist, ja, man kann sagen, vielleicht 10% weniger stark wie die anderen beiden. Aber ich denke mal, im Alltag wird es nicht wirklich auffallen. Die Knöpfe sind gut. Man kann die auch hören. Der hier geht ein bisschen schwer. Aber ist eigentlich alles mit in Ordnung. Kommen wir zu den Aussparungen. Auch die sind gut getroffen. Da wird nichts verdeckt. Und auch hier könnt ihr wieder alle Panzergläser aus meinem Test verwenden. Ja, kommen wir mal zu den Nachteilen. Dazu mache ich das Handy mal kurz raus. Wir haben hier erstmal kein Hardcase. Und ihr seht jetzt auch schon das Problem, was hier entsteht. Wir haben natürlich hier diesen Magnetring drin. Und wenn ich hier so ein bisschen drücke, dann geht hier sofort alles kaputt. Das ist natürlich nicht so schön. Und der zweite Nachteil ist, wir haben auch keinen Innenschutz. Ja, deshalb finde ich diese Hülle nicht so gut. Aber gut, wir kommen jetzt mal zur Zusammenfassung. Und jetzt könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welche Hülle für euch die beste hier ist. Wir packen die dreimal nebeneinander. Also wie gesagt, wenn ihr was Transparentes sucht, ist die Hülle eigentlich überhaupt nicht schlecht. Die finde ich eher durchgefallen. Ich finde das Konzept von der irgendwie überhaupt nicht gelungen. Als beste Hülle finde ich wirklich die Aramid-Hülle, weil die eigentlich alles hat. Die ist hochwertig. Die hat solche hochwertigen Knöpfe, nenne ich sie jetzt mal. Ich weiß es nicht, ob es Metall ist. Wir haben einen Innenschutz. Wir haben MagSafe. Wir haben eine Aramid-Rückseite. Das Ganze sieht stylisch aus. Also ich denke, dass das aktuell die beste Hülle von Spiegen ist. Schreibt mal rein in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch, da werdet ihr abonnenten. Verpasst ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr. Falls ihr was davon kaufen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Und ich sage wie immer, bis zum nächsten Video. too. Untertitelung des ZDF, 2020